Wir sind hier in Celle mit C und es ist Tag 8 unseres Adventskalenders. Du siehst so aus wie ein Pechvogel, du darfst den Pechkeks ausmachen. Hast du öfter Pech oder nur manchmal? Öfter. Jetzt musst du laut in die Kamera verlesen, was der Pechkeks sagt. Dafür musst du es erstmal richtig halten. Dein Märchenprinz verwandelt sich in einen Frosch. Dein Märchenprinz verwandelt sich in einen Frosch. Sehr gut, dann viel Spaß bei der Transformation. Dankeschön.